Hallo ihr Lieben! Wir haben heute Sonntag den 23. April und wir haben es gleich 4 Uhr. Ja, ich habe heute schon mal den Vlog von Freitag und Samstag zusammengestellt. Der ist jetzt auch schon online. Ja, das Wetter ist heute nicht wirklich der Burner, wenn man mal raus schaut. Also nicht gerade sonntagstauglich. Wir haben heute ganz normal gefrühstückt. So, einmal Sonntagsfrühstück vorbereitet. Im Hintergrund schlägt schon der Hund sein Frühstück. Am Mittag kann man eigentlich auch bald sagen, es ist ja 11 Uhr. Wir sind relativ spät aufgestanden. Man muss auch mal ein Stündchen länger schlafen. Und ja, dann habe ich natürlich dadurch, dass ich immer noch Probleme mit meinem Fuß habe, nicht allzu sehr heute vor. Weil quer irgendwo hin ein Ausflugsziel oder so. Wir haben zwar noch die Rot-Top-Card, aber jetzt irgendwas damit zu machen wäre absolut sinnlos. Weil ich dann nur Schmerzen habe, wenn ich durch die Gegend laufe mit meinem Fuß. Ich habe, was ich bis jetzt habe ich glaube gar nicht, das habe ich euch nicht erzählt. Ich habe am Freitagabend, habe ich den Verband selbstständig entfernt. Weil es hat gejuckt, gekratzt und gebrannt. Und hatte sich verschoben irgendwie der Verband und hat mir da was abgeschnürt. Und als ich das abgemacht habe, hatte ich da auch richtig rote Beulen vom abgeschnürten sein. Denke ich mal. Oder vielleicht war es auch eine Reaktion auf irgendeine Paste, die in dem Verband drin war. Keine Ahnung. Also das Jucken war weg. Aber der Fuß tat natürlich oder tut immer noch weh. Und ich sollte ihn halt immer noch nicht zu viel belasten. Ja. Was habe ich heute noch vor? Der Tag ist ja noch, hat ja noch ein paar Stunden. Also ich werde jetzt nochmal ins Geschäft gehen. Habe da noch ein bisschen Papierkram vor mir. Gestern habe ich schon einiges geschafft aufzuräumen. Aber der Papierwerk ist irgendwie, wenn sich so viel aufreiht, ist der unendlich. Hat man manchmal das Gefühl. Das möchte ich einmal machen. Dann am Freitag war ich ja beim Künstlertreffen. Und da muss ich auch noch ein Protokoll dazu schreiben. Damit die, die nicht da waren, wissen, was Freitag besprochen wurde. Für die nächste Ausstellung vor allen Dingen auch. Und ja. Das ist das, was ich heute noch so vor mir habe. Ansonsten bin ich immer noch am überlegen, wie ich das mit diesen Vlogs zukünftig mache. Ich bin ja noch am Experimentieren, wie ihr merkt und wisst. Ist ja auch noch ein ganz kleiner Kanal. Und ja. Ich habe noch nicht so wirklich mein Format gefunden. Denke ich mal. Jeden Tag Vloggen macht zwar Spaß. Aber das Problem ist einfach, ein Video muss auch bearbeitet werden. Da sind auch ein paar Stunden, die man dafür braucht. Und irgendwie ist man dann doch ein bisschen Perfektionist. Also ich versuche schon, das meiste aus dem Video auch dann daraus zu machen. Das heißt, ich beschneide gerne. Und unterlege auch manchmal gerne mit Musik. Und wie bei meinem Hauptkanal. Da mache ich ja auch schon ein bisschen mehr. Aber den habe ich ja auch schon etwas länger. Aber irgendwie sind natürlich die Anforderungen trotzdem an einen selber ziemlich groß. Und ich bin noch nicht so zufrieden mit dem Ganzen. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich statt Daily Vlogs vielleicht doch Weekly Vlogs mache. Das wäre vielleicht eine Alternative. Dann könnte ich einfach nur so ein paar Sachen aus der Woche einfach zusammenschneiden. Und euch das zeigen. Weil irgendwann ist das ja wie in jedem Alltag. Es wiederholen sich vielleicht Sachen. Und manche Sachen sind vielleicht nicht so erwähnenswert. Und man hat auch nicht dauernd die Kamera bei sich. Und wenn man einfach die wichtigsten Punkte einfach aus der Woche zusammenpickt. Und daraus ein kleines Video macht. Ich glaube, das ist vielleicht für euch auch interessanter. Ich weiß es nicht. Da auch die Community jetzt hier so auf diesem Kanal noch klein ist. Da habe ich natürlich auch noch nicht so viel Feedback. Sondern weiß nur noch von dem einen oder anderen, der mir dann halt sagt, was er meint. Was ich vielleicht noch ändern könnte. Oder was interessant wäre. Aber ist halt alles noch so ein kleines Experiment. Und dafür soll dieser Kanal ja auch eigentlich sein. Als Ausgleich, als Experiment zu meinem Hauptkanal. Zu dem Do-it-yourself-Kanal. Und ja. Jetzt habe ich wieder genug geredet für heute erstmal. Oder für jetzt. Und ja. Jetzt gehe ich erstmal ins Geschäft. Und werde dann noch so ein bisschen arbeiten. An einem Sonntag. Ja. So ist das halt. Selber ständig. Man muss halt auch Sonntags arbeiten. So. Ja. Draußen zieht sie es immer weiter zu. Ich hoffe, dass ich noch trocken ankomme. Habe ja nicht so einen weiten Arbeitsweg. Gott sei Dank. Und ja. Dann werde ich jetzt mal meine Sachen packen. Und losziehen. Jetzt bin ich wieder im Atelier angekommen. Bin auch trocken angekommen. Hat ein bisschen gefisselt. Aber es geht. Ja. Wie ihr seht. Habe ich hier noch einiges zu tun. Hier ist jetzt noch die Auftragsarbeit. Die ich ja gestern angefangen hatte. Ist jetzt alles soweit trocken. Das heißt. Ich kann jetzt die Kugel zusammensetzen. Und hier kommt dann später. In der Seite kommt dann später das Geldgeschenk rein. Von der Kundin. Ja. In dem Chaos. Die Batterien für mein LED Lämpchen. Für die Kamera ist jetzt auch fertig. Die habe ich leider gestern vergessen. Deswegen habe ich gestern Abend auch nichts mehr filmen können. Weil ich einfach nicht genug Licht habe. Und ich einfach dann ein bisschen zu der Perfektionist bin. Ja. Hier liegt ja noch die Auftragssachen, die ich auch noch machen muss. Und die Karte. Werde ich wohl aber eher. Ja. Irgendwann in der Woche machen. Alles ein bisschen chaotisch hier. Jetzt mache ich erstmal ein bisschen Buchhaltung. Und noch ein bisschen. Ja. Büroarbeit. Hier ist wieder das Licht zu gelb. Wenn ich gleich eine andere Karte drauf setze. Wenn ich jetzt gleich die LED Lampe drauf setze. Wird es besser gehen. So. Hier ist auch noch ein bisschen chaotisch wie ihr seht. Hier habe ich noch ein bisschen meine Arbeit vorbereitet. Den Tisch werde ich nachher wieder wegräumen. damit morgen hier im Verkauf nichts stört. Aber hier ist auch noch der Steuerordner. Muss ich auch noch machen. Ja. Und hier ist auch wie ihr seht Chaos. Darf man eigentlich keinen zeigen. Naja. Heute mal Uncut. So. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen Büroarbeit machen. Also da ist jetzt mein Geschäftsrechner. Wie ihr seht. Ist nicht das beste Arbeiten. Vom Sitzen her. Aber ich passe so gerade hin. Kann also meine Arbeit machen. Und. Ja. Schauen wir mal. Was ich heute noch so schaffe. Jetzt haben wir es schon. Viertel vor fünf. Ja. Geht ruck zuck. Die Zeit. Die Zeit geht ruck zuck vorbei. So viel zum Thema. Mal eben was machen. Also wir haben es jetzt gleich 20 vor sieben. Und jetzt mache ich aber wirklich Feierabend. Weil den Rest vom Sonntagabend will ich ja jetzt auch nochmal irgendwie Ruhe haben. Und meinen Fuß ein bisschen schon. Und ja. Morgen ist ja wieder ein Arbeitstag. Okay. Dann gehe ich jetzt mal ab nach Hause. Malみen. Tschüss. Kalia. Untertitelung des ZDF, 2020